das problem ist das war denn quatsch gibt das eine idee ich hab das jetzt bloß mal weitergeleitet was darf besonders an die vorka schützen wir haben da ein bisschen flugzeug ala markus der wachsendruppe voran wer hätte ich ja nicht oder hat sich da schon jemand hier ein also ich würde sagen um der bekannte da hat du machst das ist eine macht mich und es ist gar nicht man kann mir voraus werden und liberator geht für uns mit ansonsten ist er auch so sagt ob abwärts könnte man vielleicht auch tropft auch auf die machen wo bravo Alfa Team dass man auch weiß welche ich habe da jetzt drauf verschlafen nein, Alpha ist unten, oder? Ich bin noch Alpha Wo müssen wir? Draco ist der Orangene Wir wissen jetzt, wo sind wir jetzt? Raus! Sind wir grün, oder? Ja, wie sieht es so was sagen? Das war eine Glamage Jetzt darf ich da hochlaufen, ey Ich darf unten an den Klan So Leute, jetzt, geh umlaufen Bravo, Inchi Terrence ausstellen Da unten berät bitte Ich denk dran So Leute, das läuft grad richtig schlecht Jetzt reißt euch ein bisschen zusammen, rennen in Gruppen und nicht alleine Bravo funktioniert gut Einfach aber überhaupt nicht, so quatsch die Dings Wir sind jetzt ne Dreiergruppe, wir rennen jetzt rauf Pass auf, da ist schon gleich ein Glocker Wie Ja schon, weg mit dem Eine Max hoch, eine Max runter Ich bin unten Ich bin oben Ich bin oben Das haben wir jetzt bei den Locken-Jumbo nimmt die linke Tür Der andere nimmt die rechte Tür Quatsch So Und ich würde nicht Ich bräuchte ne Schwere hier unten Da kommt nämlich ein Lightning Ja, der kommt hier nicht rein Kümmer dich nicht um den Lightning Der interessiert uns nicht Das bräuchten wir noch mal 7 Wenn ihr C4 habt, wiegt es an die Scheißdecke Achtung, Granate Ich bräuchte einen Magic, der mich ein bisschen aufpuscht Danke Wir sind immer noch in der Unterzahl So, da schießt einer rein? Ja klar, natürlich, ne, wir werden auch in der Unterzahl bleiben, aber Das ist jetzt Lass sie, lass sie ruhig hier schießen So lang sie nicht reinkommen ist alles in Ordnung Mir passt sie so leicht, mir steht direkt vor mir steht Irgendwo ist Quatsch hier mit seiner Tür Quatsch hier sollst beide Tür stehen Nichts drehen mit der Rettereck Achtung, Mine Oh, Max, Max von unten Oh ja, super Kommen wir durch? Ich bin da Ich steh nach oben, aber Stark wird dich gleich aufheben Ja, da bräuch ich bisschen Feuer Der kommt, damit wir dich Boah, wie geil Boah, wie geil Da haktest du, bist voll in die Schrotflinte reingehüpfte Brauch Mutation Da kannst du lernen, das brauchen euch gesetzt nur als kritisch Ja, die haben selber ingenieur oben Ich brauche Unterstützung, das werde ich nicht schaffen, da hat die Pounder Ja, ich brauche noch mal Sag mal, was liegt hier alle faul rum, das gibt's ja gar nicht Wo ist denn jetzt eigentlich mein Inchi hier? Du spawst mich nicht schnell, aber das ist eine Die könnte nur ganz kurz verwenden, die wird vielleicht down sein Boah, die Hoxor, die ist ja übel Ich bräuchte Medic Ja gut, jetzt hat mich die Weißer, jetzt hat mich auch die Max-Einheit gekillt Ich bin auch down Ja, das brauchen wir gar nicht mehr hochpushen Du kannst versuchen aufzuverteidigen, das wird auch nichts Oh Das ist ein Benji-Foto im Haus bleiben Ja, ich hab's gesehen Erreicht mich noch jemand? Jetzt kommen sie Ja Ja, jetzt kommen die von A runter zu B Ja, jetzt kommen die von A runter zu B Das heißt B jetzt anstrengen Ich bleib unten, aber Ja, du bleibst unten Bandy bräuchte sie vielleicht ein Inchi Der einzige der jetzt hier lebt, scheiße Du kannst das reparieren Ich unterstütze Eisernahme zurück Achtung, Kanate Ist die Spawnlots hier gerade drauf Sie haben ein Medic Ja Ich bin schon da, bin schon da Ich bin schon da Ich bin schon da Ich bin schon da Scheiße, wir nehmen jetzt einer nimmt noch Medic Sprich Ich nehm Medic Ja, ein Ingenieur der vorher Ingenieur war nimmt jetzt Medic Achso Das bin ich wohl nicht Das bin ich wohl nicht Ich würde dann einfach Stellung halten, Leute Einfach Stellung halten Was sah frei aus? Ich kann keine Max einhalten Oh ne andere Wir brauchen ne andere Galaxie Ich hab keine Galaxie im Ziel Die können Ressourcen für eine Galaxie Ich würde... Ja Gerne Fandi, bleib an der Tür Bitte Mag was gedürftes Geschütz Hau du es weg Ich würde nochmal Sani spielen Dann ist ne Galaxie dafür ziehen Ich hab ne Max Nehmt ein feindliche Max Nehmt genau das, was ihr vorher gespielt habt Nichts anderes Genau das Kann ich aber nicht Feindliche Max von oben Dann zieh ich ne Max einhalten Jo, ich mach auch wieder Max einhalten wie vorher Andy an die Tür, da kommt ne Max Nehmt nur Omega den Naka Unten ist alles safe Ich schau's aus bei Wall Street Camp Status Report bitte Immer noch Wer kann hier noch ne Galaxie ziehen Oder solche Scheiße Ne ne ich Wie viel sind wir? Einer von euch muss jetzt eine Galaxie ziehen Herr Best Gamer, hast du ein bisschen was aufgerüst an deiner Galaxie Sonst hole ich jetzt eine Galaxie Scheißegal Wir hauen die Galaxie gleich weg Wir springen alle raus Dann hole ich jetzt gleich ne Valkyrie Ja wollte ich grad sagen Ein Valkyrie gerauch Aber bitte mit dem Dropsang Da kommen wir nicht vor rein Von den Fenstern und von den Türen Da kommt keine Maxis rein Jumbo brauchst du nicht Nein, Jumbo brauchst du nicht Stimmt Passt Wenn er 30 Sekunden wartet, dann kann ich rein Passt Dann müsste halt warten Dann geht's los Wir müssen aufpassen Bei A kommt ein Sundy Baut sich draußen auf Warum kann eigentlich keine Maxi die Valkyrie rein? Verstehe ich nicht Zu OP Wenn du damit Stell mir vor Du hockst da vier Börster rein Also vier Maxi mit Börster oder so Da geht die Post ab Bedeutet acht Börster und dann Da kann kein Flugzeug was machen Nein Wann werfen wir ein Ja die Klinge Also wir haben jetzt die Zwei Maxis, zwei Ingenieure und Skalik changed jetzt da zum Medic bitte Okay, ich glaub die werden gleich sehr erobern Lockenjumber du bist Du bist mein persönlicher Hüftschuck Du höfst mir alles Du machst alles was ich Werfen wir da eine dahinter die Barrikaden da So Mal sechs sagt den Drop an Das ist nie mehr Dieses Mal ist das Kalik Also ich kann's auch machen Ich verpinne das nicht Nein Es macht immer die Nummer 6 Das ist jetzt im Prinzip Das haben wir jetzt drei Gebäude Und haben wir so weiter So Da hinten ist einer Komm gleich mehrere Leute Unten kommen viele Jetzt ist gleich lustig Hier kommt man oben Und vielleicht Wie läuft die Zeit gerade Also von 16,5 Bisher haben wir wahrscheinlich den C Punkt und A Punkt C und A ja Oh Wir bei Wir bei A und die anderen bei C drüben Okay B ist das zu B 1.500 ist jetzt B und eben Ja Ich brauche unten ein Medic bei mir Ja ich bin da Bärst du in der Liberator? Aber Pass auf das sind Ja ja ich bin in Deckung In Deckung Und wieder zurück Footer zurück Leicht links drehen oder so Da ist noch ne Liberator Okay So das ist safe Safe Ich komm zurück Ich bin sicher Und ruhig Das wird wieder so gut wie neu Scheiße der Liberator hätte ich gar nicht noch ein paar eingeschickt Ja Oh oh Das ist noch klar Die machen vor Drop Leute da drüben Leute da drüben Komm von hinten unten Max halt und so Leute So wir gruppen uns jetzt ab auf dem Dach So auf dem Dach So wir gehen jetzt gleich rein Ich hab's auch nicht Ich hab's auch nicht Markus bin da Hab ihn hab ihn hab ihn Hab ihn hab ihn Danke Gut sehr schön Oh war die ganze Scheiße So ich nehm die linke Tür Quatsch ich nehm die rechte Tür Du siehst aus Hinten decken auch ein paar Leute Da ist noch einer Gut gemacht Leute Gibt's nicht mehr Leute Komm 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 Ihr macht echt guten Job hier bei B B sieht gut aus Einfach unten Ach so Ich kann nicht vorgehen Ich brauche einer mit der Nebelkanade oder so Ne ne bleib einfach da Wenn die kommen Wenn die kommen sind sie tot Ich mag hier sein wenn sie kommen Da sie kommen So passt auf Da ist irgendeiner Typ am Dach Der kommt jetzt gleich runter Kommen Das scheiß Spion Das hier man's nicht schocken Ah So C4 Komm her 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 Ich bin auch tot Oben Restnets Super Ich brauche Ich brauche Leider an der Tür Danke Brinks Sehr schön Leute Sehr schön Ich bin wieder tot Die kommen von oben Die kommen von oben Die kommen von oben alle Gut Die machen das schon wie vorhin Da kannst du bitte mal schon ein paar Directive Tars Also mach so schon Leid wenn ich jemanden treffe Ich komm mal welche vor die Typen Ich bin da Ich bin da Max wieder hoch Brainy ich hol dich Brainy ich hab dich Pass auf Max 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 ist drin Max ist drin Wo unten oder oben Ich bin auch da Unten Die kommen die Treppe hoch Hat die Hälfte schon verloren Hat einfach auch die Munition nachher Restnets unten raus Also Restnets unten ist raus Hitte euch Hitte euch Die kommen hoch mit Leichen Die ganz schön da auseinander Okay Da sind noch welche bei C Müssen wir auch noch werfen Doch Medic Die Galaxy auch noch So Beppi läufts jetzt gerade richtig gut Wir haben probiert bei ARK So bitte der Bravo-Tub macht jetzt genau das selber was Alpha gerade gemacht hat Nein 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 wir leben noch Wir leben noch Wir leben noch Achso ihr lebt noch alle Jetzt sind noch alle am wiederbeleben Ja dann Die Max ist noch ein bisschen Die Max ist noch ein bisschen Ich krieg gleich Besuch Beppi Sag's sehr gut Habste, Habste, Habste Ich krieg Besuch Beppi gleich Gut, 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 Gut Gut, Gut, Gut Leicht ist oben Ja, Schütte Erwischt Restnets oben Ich mein du siehst zwar nicht gern die Bounce im Bett hier Wird schon tot Aber dann lege ich trotzdem jetzt mal was hin Halt, dass wir nicht von hinten nochmal angegriffen werden Äh, wem ... Musik Designer . Musik Untertitelung des ZDF, 2020